Ich verlasse jetzt Konstanz und fahre jetzt schon ein Stück den Rheintal-Wattweg. Und das geht jetzt hier Richtung Gradoff-Zell. Ich wünsche euch allen mal einen guten Morgen. Ich habe es ganz vergessen vom Tempelplatz meine morgendliche Ansprache zu machen. Ich bin in der Konstanz losgefahren, jetzt schon ein paar Kilometer, fahre jetzt die Insel Reitenau. Und von da aus lasse ich mich nochmal mit der Pferde übersetzen und dann geht es weiter. So, jetzt fahre ich auf der Insel zu Reitenau. Reitenau. Das ist auf der Zufahrt zur Insel Reitenau, habe ich das gesehen hier. So, ich sitze hier jetzt auf der Insel Reitenbach und warte auf die Pferde. Das ist noch weit über eine Stunde bis sie kommt. Also von der Zeit her hätte ich auch über Radoff-Zell fahren können. Aber jetzt bin ich nun mal hier. Ja. Das war's für heute. So, bin jetzt auf der Fähre Richtung Iznang von Eichenau aus, von der Insel. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das Fahrt dauert. So, jetzt legt er ab. So. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020